hallo guck mal eben was keine ahnung das ist mega scheiße gerade ja mann ich habe natürlich voll bock zu spielen aber es ist halt wirklich nicht gut für den stream wenn er die ganze aus und an geht und jeder die scheiß benachrichtigung bekommt und so das ist doof aber ich habe natürlich bock zu spielen ja aber müsste es dann jetzt nicht mal langsam wieder langsam wieder wärmer werden kälter werden wir haben 18 uhr also ich das kann mir nicht vor ich meine hier drin ist immer noch 6000 grad aber ich weiß nicht woran es liegt die ging nicht selber wieder an die musste ich anmachen wenn beim ersten disconnect war der router aus ja vielleicht ist auch irgendwas in der fritz box hinüber oder so ich weiß es nicht vielleicht geht ja auch in dem moment wo das internet weg ist einfach nur super kurz die fritz box aus ne das sehe ich ja in der fritz box ne 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 das hat schon was mit der telekom zu tun sehr in der fritz box habe ich ja nachgeguckt dass die verbindung von der telekom nicht durchgehend ist ja es ist wirklich so dingo da regt man sich nur auf telekom will ich habe so gute erfahrungen macht mit telekom und egal was man sagt du kannst zu jedem anbieter sagen müll weil es immer irgendwo mal probleme gibt aber ich finde telekom super mich gibt es nichts besseres aber ja was soll ich machen ja klar das ist mir auch ich würde im traum nicht vodafone benutzen oder so das sind meine besten match match ups hier gegen kennen kennen und marisa glaube ich mittlerweile modern kennt spielte denn also damit nämlich xdp ranzugehen ist so low man wie spielt der denn also das siehst du wirklich ich meine es klappt es mittlerweile diamond aber es ist überhaupt kein also es war nichts sinnvolles was er getan hat es führt natürlich dazu dass er es führt dazu dass er gewinnt aber er würde niemals zehn matches hintereinander gewinnen es ist halt dieses ja okay wie spielt er er macht immer wieder den dragon lash in heavy den muss ich jetzt einfach gleich panischen dem drive impact ja genau darauf kann er noch reagieren kommen naja ich sag ja ich wenn man jetzt zehn matches gegen die machen würde würde ich am jeden fall mehr gewinnen mit so einem spielstil aber am anfang überrascht das halt genau schmolle so einer ist das ja Das hat er jetzt viel besser gespielt Also das war nicht mehr so weird wie das erste Match Glasfaser kommt hier erst ab Oktober leider Das wird bestimmt etwas verbessern, ja Ich muss gleich mal im Trainingsmod gucken was ich gegen den dagegen mache Aber da sieht man man macht einen Jump in und greift nur Das hat er noch nicht mehr so gut Also das war nicht mehr so gut Das war nicht mehr so gut ich bin jetzt controller mpd einfach er ist damit echt extrem erfolgreich er ist damit extrem erfolgreich mit dem dragon lässt sich hier den in heavy eigentlich ist es nicht schlau das so zu machen aber es wirkt gegen mich nicht auf Hat er aber ganz gut gemacht am Ende mit seinem Burnout-State. Alter, dass der damit so erfolgreich ist. Aber da bin ich selbst schuld, das ist Low, das ist halt, das darfst du halt nicht zulassen. Wie er spielt, ey, also wirklich weird, wirsch, dass der damit so durchkommt, ey, es kann doch nicht wahr sein. Okay. 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 Wake-up-crouching-medium-kick. Na gut, das sollte man gegen Mordor vielleicht nicht machen. Wieso ich wieder Platin bin? Weil man auch wieder runter ranken kann. Das war ja, ich war ja genau an der Schwelle, ich bin ja gerade aufgestiegen in Diamond. Das heißt, mit einem Loss bin ich wieder runter. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mist Ja, ich habe sehr viel Off-Stream gespielt, sehr viel Aber manchmal vier bis fünf Stunden in der Nacht Hey, Odious Peak Warst du der Gegner, oder was? Oh GG's Das mit dem Internet-Disconnect hier Triggered leider ein bisschen Ja, dann GG Nice Edward Newgate Let's go Immer, über jeden Solange du keinen JP this, oder so Für deine Wille Jetzt du Was Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wer warst du denn, Corny? Welcher Charakter? Ich weiß es nicht mehr. Oh, leid. Das war unlucky. Ist er gerade gesprungen? Gerade gesprungen, glaube ich. Ach, der Ken. Das war's für heute. Oh. Alter, so viel Minuspunkte heute gemacht. Das ist es. Dabei wollte ich nach oben und nicht nach unten. Ah, der Modern Ken. Ja, da war ich auch selbst schuld. Ein Jump-in, wenn du dein CA hast. Jinboon Moin. Jinboon Moin. Das ist ein super Charakter. Ja. 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 JP und Honda sind halt super easy zu spielen. Ein Shinryu-Rapper, glaube ich. Ja. 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 Fetzer, danke für 17 Monate. Nein, das macht er ja gut, das Anti-Airmen. Mein Gott, ey, also dieser Charakter ist so dumm. Sorry, Alter, der Charakter ist so dumm. Also du kommst halt leider sehr weit damit. Boah, Alter, ich sag's euch, ich geh noch nach Platin 4 runter. Alter, ist das ja krass, wie viel Lebenszeit ich in der Nacht verliere. Also meine nächtliche Lebenszeit, die ich gebraucht habe, um hoch zu ranken, verliere ich einfach hier in einer Stunde Stream. Das ist schon heftig. Da hatte ich teilweise siebener, achter Winstreaks jetzt gerade. Krieg ich nur aufs Maul. Ja, also JP ist schon echt übelster Schrott. Die übelste Schrammel-Charakter, Charakter meine ich. Das Problem ist, also es mag sein, dass da Expert steht. Ich meine, es juckt das auch, was da steht. Das Problem ist einfach, dass man mit Spammen der ganzen Projektile erstmal ganz schön weit kommt. Das Problem ist einfach, was da steht. Das Problem ist einfach, was da steht. Nee, die bringen gar nichts. Nur auf den unteren Rängen. Oben bringen die Winstreak gar nichts mehr. da steht. Das war's. Internet oder Router oder so, keine Ahnung. Ja, hätt's nicht machen sollen. Nein. Nein. Ja, hätt's nicht machen sollen. Ja. Ja. Ja, GZ sehr schön. Rank up immer gut, ey. Fühlt sich gut an. Oh, Marisa, da hab ich eigentlich ganz gute. Auch den Superman Punch kann ich ganz gut, mit dem kann ich ganz gut umgehen gerade. Marisa hab ich in letzter Zeit eher gerne als Gegner. Das heißt natürlich, ich verliere jetzt durch die Ansage, aber... Das war's. Rampe, danke für den 41. Monat. Round 2. Fight. There. Yeah! 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 Hey! Kuck. Yeah! You're out there! I don't get blown! Yeah, I'm trying to stop. made man danke für deinen prime sub neu dabei dankeschön das tut weh double perfect tut weh ein perfect kann immer mal passieren double perfect das zwiebelt und spielt noch mal das ist halt richtig und gut und das was der schaden von ihr ist natürlich will ich bin auch da hat er die haut hier einfach um absolut danke für den sap geschenk vielen vielen dank so Bordtisch bei Nature, moin. Da sind wir wieder, Leute. Da sind wir wieder. F4 Samson, dankeschön für den 16. Monat. Ihr könnt auch gerne hier auf den Server 68 Europa kommen und könnt euch hier gegenseitig wegkloppen. Oder ich gucke mir hier diese... Ja, Marisa habe ich gerne als Gegner gerade. Ich weiß, ich habe vor vier, fünf Wochen mal was anderes gesagt. Aber es ändert sich ja auch, wenn man so ein paar Sachen lernt, wie man damit umgeht. Marisa aktuell gerne als Gegner. Okay, er ist komplett aggro. Okay, er ist komplett aggro. Der wird immer mit Buttons aufstehen. Das ist ein Anti-Air oder was? Ja, nicht ganz. Ja, ihr Format mit gibt. Ja, das ist ein Kursażer. Oh, ja. Erschlag! 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 Das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du Burnout bist, dann benutzt Super on Wake Up. Ich glaube, das ist... Leider habe ich keine Klimaanlage. What? Das hat sogar funktioniert. Was war das? Habe ich noch nie gesehen, dieses Super. Man könnte meinen, der hat mich reingebatet. Was war das? Fünferstreak, Leute. Ah, jetzt geht er raus. Also ich wirklich... Gut, bei JP mache ich eine Ausnahme, aber es gibt nie die Situation, dass ich... Dass ich kein zweites Match mache. Also, weiß nicht. Egal, wie ich zerstört werde, zweites Match muss sein. Wow, okay. Einfach mal... Ja, aber warum nicht? Spreit mit Jump in. Ich muss da randashen dann. Nee, doch nicht. Boah, geil ist wirklich eine komplette Katastrophe. Also, mach das. Das war's für heute. Nein, Gott, ey. Also, wie gesagt, ich frage mich wirklich, wie man an diesem Charakter Spaß haben kann, zu spielen. Wirklich. Und nicht, weil der jetzt mich besiegt hat. Ich frage mich wirklich, wie man Spaß haben kann an Geil und die ganze Zeit Sonic Booms zu schießen, das ist ein Konzept. Wow. 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 kann man nicht erlauben die zu blocken ist das problem ich weiß nicht, ich weiß nicht ich sag ja ich muss nicht ich fühle mich nicht so sicher ich brauche halt ein bisschen puffer wenn ich auf der mitte wäre in diamond würde ich sicherer spielen aber es ist halt immer an dieser schwelle zum downrank wieder das ist echt übel ja aber das also ich sag auch gar nichts gegen geil ich hab nichts gegen geil das gleiche die gleiche abneigung wie gegen jp oder so aber wie man den spielen möchte ist mir ein rätsel das ist mir wirklich ein rätsel ja 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 mach ich halt fotos oben mit megaman ich habe einen gibt es auch da oben das ist übrigens tanzen was war denn nochmal schmack wo kommt denn daten noch mal her ne fall ich erinnere mich irgendwie an diesen ausdruck ja 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 Das war's für heute. dass er da einfach safe ist wegen der reichweite das war übel ich dachte ich gebe mir eine fette kombo aber ich war so weit hatte so viel noch back ja 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 dass ich nach vorne gesprungen ist ich mag luke auch nicht von der fans also sein style mag ich halt überhaupt nicht ja er macht schon sehr gut druck ach ich hab doch gar keine ex auf bernort jump ins mit drive impact zu panischen ob es das sein muss jetzt bin ich in bernort steigt es ist schlecht ja ich habe es verdient leider schade verdient den habe ich weggeworfen den habe ich weggeworfen aber das ist halt auch street fighter 6 ich finde das sieht immer so easy aus und so super selbstverständlich dass man jede kombo hinkriegt aber es kann halt auch einfach mal nicht klappen meiner meinung nach und das geht bei street fighter 6 viel schneller als bei dem street fighter 5 zum beispiel fast wie er im burnout wie aggressiv er ist im burnout ja 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 genau mdc jimmy heißt er bestimmt auch gerade wieder live der ist auch so viel live in letzter zeit Aua das tut weh ja 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 euhh oh oh was okay ja ja der ist halt aber 5000 mal pro match im burnout ne also ist ungewöhnlich dass der so reingeht da muss ich einfach ich muss es mittlerweile wissen der ist im burnout und geht rein der springt in mich rein luke ist ja gar nicht neu jetzt geht er rein erst burnout er geht rein weil er wollte schon wieder richtig aggressiv reingreifen er ist tot nein das ist das einzige was er machen kann das war das einzige was er machen kann weil das war quasi mit ex fireball den hätte nicht blocken können das war das einzige was er machen konnte alles richtig gemacht er konnte keine ex wake up machen weil der burnout war er kann nur sein super benutzen und hat er richtig gemacht oder becker was bist du für ein rang mittlerweile becker muss da mittlerweile auch schon hier locker mal master sein oder oder er spielt nicht viel rank gold ach das ist gar nicht oder bis es ist der rio becker nein ich jetzt doof doch ist der rio becker da spielt einfach kein rank bekas ja sowas sowas hallo ich hatte der miri was geschrieben und ist gott musste mal gucken ob das weiter gereicht wurde sonst schreibe ich jetzt gleich mal privat beckers war das ja es ist klang nur so ähnlich online jp da gibt es prinzip nur ein mensch okay er anzieht aber nicht okay 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 Das war's für heute. Was war das denn? Das stimmt, es ist ein 1-Rank-Game. Er hat aber schon ein paar gute gewonnen, weil er startet ja nicht direkt gegen Diamond sind im 1-Rank-Match. Das hätte ich punishen müssen. Das ist eine Chance. Aber ich mach nur eins, ich bleib dabei, ich mach gegen JP nur eins. Das muss man eben kurz. Das ist... So, okay. Boah, die Hitze. Eieieiei. Wenn der mit einem anderen Charme-Master ist, sollte er bei Blood Deer sein erstes... Ach so, ist das so quasi Skill-Based? Äh, ist das... Ach, was sag ich Skill-Based? Ist das so ein... ...Account, so ein wie... Hidden MMR, sowas sagt man. Melefish ist am Schissel hier. Na hier, zack. Äh, Ryu. Alles Rius, ne? Alles Rius. Stefan, danke für 34 Monate. Na ja, wenn es so ein Hidden Ding gibt, dann... Okay, jetzt findet er wieder keinen Gegner. Okay, jetzt ist es komplett abgestürzt, kann doch nicht mehr laufen. I love the lobbies. Aus an, der Klassiker. Schau, you can. Blanka. Uh. Äh, ich glaub ja Rick Canadian. Diamond 2. Das sind jetzt auch fast schon... Die sind ja fast Master hier, also... Eh... Uh. Wie nach dr así... Das war's. Jesus! Die ganzen Jump-Ins. 5 Sterne, jeder Rang hat 5 Sterne. Aber ich meine, es gibt Iron, Rookie, Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond und dann erst Master. Also im Prinzip ist es ja auch schon gut, wenn man auf Diamond-Rang ist. Es gibt halt nicht mehr viel drüber. Das ist so blöd. Das ist genau das, was ich bei meinem Blanker auch immer hatte. Der legt die Puppe hin und dann weißt du, der will die ja elektrisieren. Und dann versucht er alles, alles dafür, die Puppe zu elektrisieren. Und dann kannst du es halt auch so hart angehen. Was? 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 Ah, man sieht, dass der will... Ich hab kurz überlegt, ob ich CA mach. Sobald er die Puppe legt, dann weißt du, der will da hin und unbedingt sein Stroh machen. Und dann kannst du es punischen. Ach man, ey, das darf nicht passieren, dass ich so einen Jump-In kassiere. Reicht's. Vierer Streak und Blanka, Diamond 2 besiegt. Ne, jetzt Diamond 1, er war grad Diamond 2, ich hab ihn runtergerankt. Ken wins! Äh, ne, Shuyuken. Ich werd mir vielleicht in zwei Wochen ist in Hamburg das Bare Knuckle Turnier, das ist ein Offline-Ding. Da würde ich, glaub ich, gerne mal hin, an nem Samstag. Bare Knuckle Fighters oder Bare Knuckle Fights? Einfach mal so, just for fun. Genau. Raquel. Okay. Raquel, aber halt das. Garp up undver. Auf undverten. Und auf wieder? ich weiß es nicht um ehrlich zu sein wie der da aussehen wird an die hebe naja ich darf nicht so das ist das rift punishing ist halt free für sie okay das war nicht schlecht ich habe eigentlich gar keinen bock mehr darauf es ist traurig es gibt noch richtig ich mir warten ist nicht gerade das gegen also sie als sie ist in der ecke extrem stark vielleicht hat sie jetzt einfach zwei gute runden aber sie hat mich in der ecke komplett zerpflückt mann nicht mit buttons ich mann sie geht immer nach sie geht jedes mal nach stark auch stark das ist auch genau das richtige drive rush fullscreen einfach rein und jetzt bin natürlich den voll cross ab ab als sie stehen immer mit buttons auf ich muss mir einfach merken mit vier ist das ding jetzt mit vier achtung ja wenn ich in der nähe wäre ja ich schätze die exakt oh nee sie ist mir zu wild scheiße die hat drauf gewartet scheiße 2 0 lose ja auf jeden Fall die 16 also ich glaube ja es ist wirklich eines der der komischsten spiele die ich jemals im stream gespielt habe weil eigentlich ist das eine reihe die ich so liebe und es ist wenn jemand gesagt hätte ich spiele das nicht mal zu ende dem hätte ich gesagt du hast eine macke aber ich finde es halt irgendwie echt nicht gut und ich weiß dass es schade ist ein paar gute momente so da hat man ja so viel gehört dass es extrem geile momente geben sollten im game aber du musst die halt auch erst mal erreichen muss es durchhalten bis dahin ne ich bin nicht durch ja das wird mich killen diese scheiß mitten in der kombo ist auch weit geschichte scheiße ja sie hat es gerade ihrem drive wieder bekommen hat sie auch gut drauf geachtet das muss man ja auch sagen ja 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 ich finde es krass dass sie das so in eine kombo einbaut diese overhead scheiße ich kenne es noch sonst irgendein anderer charakter ja very ja 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 sie holt sich natürlich medaillen für die eventuell dritte runde das reicht der damage ich hasse sie so sehr ich finde final fantasy 15 auch deutlich besser als 16 hey dass sie das in der kombo bau ich behaupte es gibt keine anderen spiel gar keinen anderen charakter der das kann oder ja ich glaube das aber auch ganz wesentlich was du da schreibst dass das ist die inszenierung der der haupt story okay die inszenierung jeder jeder kleinen zeitquests im spiel ist total grottig meiner meinung nach was stopp was was war das jetzt hallo was war das das war nicht richtig meiner in meiner welt ja ich darf sie nicht weitermachen ja morgens pokémon ganz normal ja war dass sie darauf noch reagieren kann nach dem double hit aus der kombo ich weiß nicht ob das so sein sollte jetzt holt sich die medaillen wenn man auch wirklich einfach ein dreckscharakter vier medaillen damit hat sie drei doch vier hat sie eigentlich schon gewonnen musste ja auch ich muss auf ihre jump ins warten sag ja also bald die fünf medaillen hat oder ist das match eigentlich gelaufen und ich finde es immer noch so schlimm dass die nicht resetten ja nur die command grips werden verstärkt nicht die normalen text aber trotzdem extrem heftig ich duscht also der in der command grip macht eine milliarden damit stamm ja 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 diese jetzt schon die erste aktion gemacht schon das spiel so krass gedreht also schon defensiv also kenne hat keine medaille leider nicht schon super defensiv ungewöhnlich das ist ja so so eine kinder die habe ich ja noch nie gesehen zu tief ne geht also dies ja komplett also sie geht ja gar nicht vorwärts eigentlich muss man dahin stürmen guckt euch das mal an was was macht die die get in die hocke und wartet what the fuck was macht das denn kein auto korrekt oder was wer schlägt in die falsche richtung ist denn die fans darf ich nicht einfach so jolo machen dann darf ich nur zu für wiff panisch das nehmen ich kann ich einfach mit einem game einfach mit dämlichen wenn der heavy punch machen dann kannst du ja und react and drive impact machen vom sprinte jetzt bin ich defensiv ist nicht gut aber hätte sehr seltsam dass das nicht getroffen hat bin ich ganz ehrlich ich ja 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 stark ja ja hat sie irgendwie ganz gut gemacht obwohl sie mir zu zu defensiv ist mein auge irgendwas machen was nein und das war es und das war es also sieht man mal was das für ein unterschied macht also defensiv ist am anfang gespielt hat das war richtig falsch jetzt geht sie halt richtig richtig ein das führt dazu dass ich voll unter druck bin und wenn sie die ganze zeit sich gut verteidigt ist nicht gut nein aber das hat sie jetzt ja sau stark gemacht wow ja okay mist mal gucken ob ich bleibe ich möchte den den klassenerhalt aber das ist dann auch ein bisschen bitter wenn du in vier stunden street fighter keine punkte plus machst aber ja wie gesagt manchmal brauchst du halt einfach ein bisschen momentum mal und dann geht's wieder also master zu erreichen ist wirklich ein challenge jetzt auch schon wieder dumm dass ich gepanischt habe ja 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 ach man es ist halt immer nein alter jetzt hat er es aber schon fünf mal jetzt hatte er es schon fünf mal die chance zu wenden naja es gibt auch leute die haben um die 130.000 ist schon ich sag mal etwas optimistisch formuliert es gibt wie viele leute gibt es denn auf der welt die so viele punkte haben also das ist ja ich meine die gibt es das stimmt also eigentlich hast du ja recht aber es sind halt die krassesten der welt also gegen eine rio in der ecke bin ich komplett aufgeschmissen ja 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 Ach, Mann, ach, ich bin so ein Otto. Ja, Mann, ich hab zu lange überlegt. Ich hab, Mann, ey, Mann. Ich hab zu lange überlegt, wie viel von meiner Leiste will ich dafür opfern, für den Damage? Oben. Mach ich, ähm, DP? Mach ich ein, äh, Super 1, Super 2? Das, du hast halt eine Sekunde Zeit. Eine Sekunde Zeit und ich hab, dann ist es halt in die Hose gegangen. Oh, das war, das war keine Absicht. Alter, ey. Also, Ryo in der Ecke ist, glaube ich, der heftigste Pressure, den man haben kann. Er FRY im KJP-CHONG ist er, ist er, ich hab, dasselbeidee, die Vögel in der Ecke ist er, ich hab, dasselbeidee, Saar, ich hab, dasselbeidee, die Vögel in der Ecke ist er. Da bist du kein Treffer! Der dritte ist, glaube ich, Die Vögel in der Ecke ist er, ich hab, dasselbeidee, ich hab, dasselbeidee, Alter, der. Keine Schnitte. Das war wirklich ein anderes Level. Scheiße. Das war ein anderes Level. Manon, oh Gott. Manon, auch unangenehm. Exakt beide gleich viele Punkte, glaube ich. Nee, doch nicht. Aber ich hatte ein Erfolgserlebnis. Ich habe diesen Mix-Up mal geblockt. Ich habe diesen Mix-Up-Traden. Ich habe diesen Mix-Up gewonnen. Ich habe diese Mix-Up. Dann wiederholt die Koll-Aus-Traden. Das war's für den Ball, dann wiederholen Sieg. Das war's für den ZD-Traden. Fertig für den Ball hat. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wieder nicht, ey. Dieses Mixer-Blocken ist so schwer. Die sind komplett unterschiedlich. Also, die haben in Street Fighter 6 wirklich gar nichts mehr miteinander zu tun. Außer, dass sie beide in Hadouken und Shouyuken können. Aber Gameplay, was ganz anderes. Das war's. weiß nicht oder das war natürlich nicht Schildrivers Alter, und sie hat mir noch alles weggesaugt, sie hat sich noch zwei Medaillen geholt, um mir meine Leistung, achso, das war eh formal, okay, dann ist es egal. Sehr gut mit Lex. Mein Auge ist seit Sonntag nur leider komplett am Tränen, ey, das ist echt übel. Alter, was macht man gegen Menon? Was macht man gegen die Alte? War ich ja schon, Raikon, die sagen immer, ist nix. Nix zu sehen. War das jetzt genug Einser? Nein, ich hätte einen Zweier machen müssen. Jetzt verliere ich das Match halt, das ist halt das Problem, ist das ätzend, ey. Das kann man praktisch. Und ja, komm. Und ja, komm. Nein. Jetzt geht die Punkte wieder runter, Downrank schon, oder? Naja, schon noch ein bisschen Puffer. Aber hier ist gerade meine Grenze, glaube ich, skilltechnisch ist das meine Grenze hier. Überfürchte ich. Das heißt ja nicht, dass jeder einfach nur durch Spielen, äh... Irgendwann Master wird. Muss ja schon auch irgendwas leisten. Und ich mache noch, glaube ich, zu viele, äh, zu viele, äh, zu viele, äh, YOLO Heavy Moves. Das ist doch besser, ich hält's. Äh, ich ranke. Aber ich finde auch, so... Ein Klassenerhalt ist ja eigentlich auch jetzt nicht schlecht, wenn man im Rang bleibt. Vierer Streak, Diamond 2. Wenn man im Rang bleibt... Hier ist auch ganz gut. Hier ist auch ganz gut. Oh mein Gott. Sie hat mich ja komplett geschändet. Also, ja. Sie weiß, was sie tut. Wer stark. Na, die Anti-Air-Talz 100%. Keine Jump-Ins möglich. Boah, Alter. Okay, keine Schnitte. Das ist auch wieder ein bisschen ein anderes Level. Aber wir bleiben drin. Okay. Das war's. Okay. Okay. Was? Wie schnell war die denn wieder da? Keine Chance. Fehlt mir einfach auch Knowledge dagegen anzukommen und sie reagiert auch gut, ne? Also das ist wirklich schon richtig, richtig guter Spieler oder Spielerin. Was? Ach man! Ah, zum Glück. Ich dachte schon, hätte ich wieder Ressourcen mehr benutzen müssen. Boah, Alter. Sie spielt so gut runter. Es ist krass, wie gut sie auf dem Boden spielt, halt einfach. Sie ist halt einfach richtig gut. Kabel zieht Shan-Li. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal, je nachdem in welcher Division man da ist von dem Rang, auch nochmal echten Unterschied. Ja, das war's. Oh ja, das ist natürlich, das hätte fast der Win sein müssen. Das auch. Ah, das war nicht verdient, der Win. Aber er war wahrscheinlich einfach noch schlechter. Da muss natürlich der DP auch kommen, ne? Aber alles leichter gesagt als getan. Das meine ich ja. Das ist ja auch ganz... Minus G. Danke für 39 Monate. Kriegsgott, danke für 38. Mein Gott, nee. Also, so kann man auch nicht spielen, ey. Mein Gott. Also, was... Das macht Spaß. Alter, dann spiele ich wirklich lieber ein anderes Game. Das kann doch keinen Bock machen. Aber das ist halt so todesmächtig wegen seinem Flash-Kick. Der ist so insane. Jetzt kommt ja eh wieder EX. Ne, wow. Ausnahmsweise sind wir nicht. Jetzt aber. Auch nicht. Oh, Alter. Oh, Alter. Nachkommen. Ach, komm. Ach, so unlacken. Okay. Das war's für heute. Und wieder downrank. Oh. Letzte Chance. Und der ist im Burnout-State. Downrank again. Jesus. Ja, da müssen die Nächte wieder ran, glaube ich. Also ich weiß, was ich heute Nacht mache. Von 1 bis 5. Ich sag's euch. Rank spielen. Loi, man kann jemanden treffen. Ja, ich habe in der letzten Zeit, habe ich schon nachts sehr viel Street weitergespielt. Ja, ich bin eh nicht fit mittwochs morgens. Kakao rein und let's go. Ja, ich bin eh nicht fit. hallo ok dann hole ich mir mal kurz ein getränk und dann bin ich gleich wieder da kurze pause locker ist der ist der schalter ein troll ohne saht junge meine herz wo kam der drecksvogel her ich kann natürlich auch voll weit jetzt springen mache ich das wie gut dass sie einfach unendlich blumen sind was ist denn der gedanke bei der ersten blume erklärt es mir bitte du gehst ein raum weiter und dann sind da plötzlich unendlich und warum führt diese tür zu dieser tür warum führt die erste tür nicht direkt dahin wo die jetzt hin führt hierhin und jetzt haben wir jetzt müsste es ja eigentlich müsste es eine steigerung geben der boss natürlich jetzt super schwer er hat keine möglichkeit mich zu bekämpfen aber ich bekomme unendlich feuer blumen ich kann nur getroffen werden wenn ich das hier mache okay noch mal okay aber ich habe zum glück unendlich blumen ich hätte geschworen er bleibt vor der pipe stehen weil er einfach irgendwie keine ahnung das ist das level eigentlich brauchen die schreie als sound welche schreie ich glaube seitdem ich die neue farbe benutze mit kennen habe ich keinen guten kein gutes kein guten lauf mehr unterstrich weit schratt 44 monate tektis 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 hachbafanada hachbafanada wo kommt das noch mal her ach ja genau liegt an der farbe manchmal ne regale vielleicht sogar im outfit wir brauchen was abgefahren ist und grün vielleicht ist so im grün mal ein ding aber regale das war eine chemie die königin modern chemie hallo die gräb grüße gehen raus such mich doch mal hier im stream hier im stream hier 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 Das war's für heute. Ah, da sieht man mal, wie wenig Damage der Cannonspike macht, ne, mit Modern Controls. Aber ist natürlich auch super easy. Also ich frag mich sowieso, wie man bei Modern Controls auch nur einen Jump-in nicht punishen kann. Okay, jetzt lass ich mich jetzt so viel in die Ecke drängen. Weil du musst einfach nur eine Taste drücken. Oder zwei, ne? Also eine halten und die andere drücken. Ja, also gegen Modern kannst du eigentlich nicht springen. Wenn du da ansatzweise ein, zwei funktionierende Finger hast, dann kannst du jeden Jump-in punishen. Was heißt denn Sonnenblume? Meinst du bist angepisst? Ne, Modern, eigentlich stört es mich nicht so sehr. Du musst halt anders spielen, ne? Na, hier, das kannst du halt nicht machen. So, du kannst halt nicht reinspringen. Weil mit Modern Controls machst du die Piso. Oh, das klappt nicht. Du musst ja immer drauf achten, dass das, dass das, äh... Aber ja, guck mal, wie wenig Damage die machen. Also, es tiltet ein bisschen irgendwie, aber eigentlich ist das nicht fair. Ja, die Bestrafung ist schon krass. Ja, du darfst halt wirklich null, gar nicht mehr springen. Und wenn jemand ein DP kann oder sowas wie sie mit ihrem Cannon-Spike, dann ist es halt so leicht, sich zu punishen für Jump-ins. Ja, hier, es ist halt... Es ist halt klar, dass das klappt. Es ist halt klar, dass das klappt. Alter, aber sie macht's ja nur. Sie war tot. Sie hätte super machen müssen in der Ecke. Oh. Hast du es mal ausprobiert? Gibt's nicht eine Demo von dem Spiel, die man kostenlos unterladen kann? Oder gibt's die gar nicht mehr? Na, versuche ich doch auch. Ich glaube, das mache ich eigentlich auch ganz gut. Manchmal ist es halt so eng, dass es Cross-Up ist. Dann ist es nicht so ganz leicht. Die Klamotten habe ich teilweise auch aus der Story, ja. Halad-Nayayaya. Ich glaube, das ist schon ein Fake-Name. Na, Hadouken-Start. Okay, der schießt gerne. Ich sag, Mick. Der Punished Jump-ins. Rio finde ich auch extrem schlimm. Extrem schwierig als Gegner. Ich glaube, da habe ich auch einen... Nee, Ultra... Ja, das war's. Eine ultra-niedrige Win-Quote. Da müssen wir gleich mal gucken. Ging Rio, glaube ich, unterirdisch. Das jetzt hier mit einem DP zu Punishen ist nicht so leicht. Zum Beispiel. Er musste springen. Und das ist der Tod. Doom-Splasher, moin. Meister-Densen? Ja, leider noch nicht, ey. Der Grind ist halt hart. Platin-Densen kannst du mich nennen. Äh, Diamond-Densen. Wow. Wie mit Gamepad. Nein. Ja, 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 ja. Mal gucken, Sute. Ist die geil? Hast du sie schon gelesen? Oh Mann, ey. Shit. Schniefchen, danke für 17 Monate. Schnauze. 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 Hast du sie schon gelesen, Sute? Die Ex-Wake-Up. 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 Die Gala ist kein cooles Magazin. Eine Gitte sehe ich dann schon eher, ja? Die Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up. Ich kenne leider nicht mehr die Charakter. Ich habe den Maulwurf gerne gespielt. Ey Darkraver, moin. Was macht die Kunst? Ja. Ich bleib fit so vor sich hin. Okay. Ah man, da sollte ein DP kommen. Die Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up. die Ex-Wake-Up hat. Die Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up-Up hat der Ex-Wake-Up. Die Ex-Wake-Up. Das ist 50 Sekunden. Die Ex-Wake-Up- um. Die Ex-Wake-Up- hat der Ex-Wake-Up- kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einfach cool, dass du das perfekt parierst und kein Bannisch hast. Einfach super. J the God, dankeschön für deinen frischen Prime Sub. Das macht er recht häufig. Ja, das war's. Ja, das war's. schade das panischen hat ja nicht gut geklappt von seinem super hat aber dann glaube ich wenn er seinen seinen super zwei macht vorher hat es full range also komplett fullscreen glaube ich sein einser dann ich mich dass wir ein race machen eigentlich würde ich gerne mal durchziehen street fighter so einen ganzen stream zwölf stunden rankt würde ich easy hinkriegen zwar mit tilt aber wäre echt schlimm ohne honda und blanca oder wieso meinst du das was meinst du ach so findest du ja ich habe lang kaffee ich noch nicht mal so schlimm hier fehlt mir auch noch sehr viele neue starb ich glaube ich auch nicht schlechte win-wage gegen lilly kommt halt so selten da muss man viel neutral jumpen gehen ihr scheiß ihre scheiß iframes weil danach ihr blöder command grab kommt jetzt aber da eigentlich neutral jumpen ja 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 Das war's für heute. 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 Das hat's für heute. Das hat's für heute. Das war's 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 für heute. Und das habt ihr den sound schon vermisst leute also okay der wird in seien eklig der gegner okay der wird sehr heftig ich Ich weiß auch nicht, warum sie Sonic Boom weggemacht haben, den Sound. Also der ist ja auch sowas von ikonisch. So schlecht gemacht und nicht verdient, was soll ich sagen, 11, er hat keine Leiste mehr. Ach komm, der macht da so wenig raus. Er wartet drauf, ich mach keinen Drive Impact, er wartet so hart darauf. Der Overhead hat's gemacht, 5er Streak, sehr gut. Weiter Passstufe 16, ist er nicht schon fast wieder durch? Alter. . Das war's. Pfff, Aua. Scheiße. Ganz häufig habe ich diese Situation, dass ich den letzten Hit nicht mehr hinbekomme. Das ist wirklich ganz, ganz häufig. Das ist wirklich 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 ganz häufig. Perfekt. So, ich mach mal einen Raum auf. Das ist wirklich ganz häufig. 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 Und er gewinnt es. Das ist wirklich ganz häufig. 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 unglaublich. Das ist wirklich ganz häufig. Das ist wirklich ganz häufig. Das ist wirklich ganz häufig. Ich weiß. Das ist wirklich ganz häufig. Ich weiß. Das ist wirklich ganz häufig. muss ja echt wild so muss ja wirklich viel mehr mit projekte zielen arbeiten und ich bin tot das klingt wild macht man es ist so schwer vom timing her jetzt habe ich das problem dass in der ecke bin meinen eigenen feld krass ich habe es mir ich habe mir hart selber versaut ganz lucky war jetzt lucky dass am ende noch mal gesprungen ist und weisen weisen gibt es beide nicht leider nehmen sehr viele sind traurig darüber naja das war es schon mal mit runde 1 ja ich finde also beißen sollten hätten sie auch rein machen müssen weißen fehlt stattdessen haben wir jetzt ein scheiß jp es hat armor stimmt aber es hat nur oben oberhalb armor meine ich was mit meinem arm passiert gg sangif aber respekt habe ich überhaupt nicht vor einem sangif sollte mir auch angewöhnen nur ein match zu machen gegen sangif genau wie gegen jp so ein bilder charakter so ich muss los ich muss mich noch mit dem hund raus und ich muss das race gleich vorbereiten also den raum öffnen der raum ist offen aber ich meine die sachen runterladen so ich gehe jetzt kurz mit dem hund und dann sehen wir uns in zehn minuten wieder dann gibt es gleich auf jeden fall auch dann gibt es gleich selder stelle schon mal um und wir machen mal demnächst vielleicht freitag auch nicht viel mehr müssen wir nächste woche machen wir einen street fighter tag mal so ein richtig wilden greifen weil ich könnte jetzt noch drei stunden spielen so zack da stellen wir schon mal dahin und ja dann bin ich gleich wieder da ich gehe kurz mit dem hund und dann geht es gleich selder bis gleich das hat salz weg hast du arschloch man ja man kann das doch man kann doch nur arschloch sagen war das gemein ich war das ist so übel bei superman der kreis hat diesen haken so krass aus was war das okay das game ist einfach komplett kaputt was war das denn was gut macht ihr keine vorwürfe sayonara okay das brauchen wir noch mal ein gewissen fett aber auch ganz jetzt am ende ist schon sehr stark wie grüßt du besser wie lange habe ich auf diesen tag gewartet okay jetzt will ich den weltrekord für das noch mal spielen ich werde mit meinen eigenen waffen geschlagen wie geil ist das denn ok zu kultig ich werde mit meinen eigenen waffen geschlagen einfach only loser only losers enter this room müsste da noch stehen und jetzt müsste die blue shell kommen und mich killen oh mein gott mega hammer okay das war ein was ist das alles klar Alles klar, alles klar. Okay, let's go. Das ist irgendeine Cheetah-Version, wirklich. Ich kribbel mich weg. Ich könnte natürlich jetzt auch noch auf ein Schwert gambeln. Ah, das mache ich aber nicht. Dann gehe ich zur Hexe. Ich mache die jetzt auf und dann hole ich mir einfach Pods und mache einfach 4 Millionen Spins. Ich habe Half-Magic, das ist Quatsch. Ich hasse das Game. Oh mein Gott, ist das so unverdient. Das ist das unverdienteste Schwert, das ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Ah! So, Smolky in der ersten Chest, sage ich. Kann ich das noch irgendwas für euch vorsagen? Oder war es das? Bip, 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 bip. Warte, kann ich? Nein, die Zeit! Oh, mein Auge hat's noch gesehen! Einfach HDMI-Blick. Hat das Level kurz gescannt? Big Boo Battlefield 1, 2. Ich sag's auch hier, ich guck jetzt hier wegen der Boots hier rein. Ja, ja. Ich vergesse mal, dass du da bist. Ich hab's gemacht, wer da vom Clip macht, muss leider, wird terribant, ne? Danke, das ist ein schönes Lob. Was ist das denn? Okay, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ach du Scheiße. Fetter Defense, ne? Der Beulen-Helm macht so ein Damage. Ich weiß, dass er hohe Crit-Chance hat. Ich weiß, dass er hohe Crit-Chance hat. Luna, fahr mal rechts. Ich fahr rechts, alles gut. Oh, ne. Oh, ne. Nee, 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 nee. Okay, ich bin raus, Leute. Das war's. Ich mach aus, den Stream. Jo, was geht ab? Mein Herz. okay ich werde jetzt eine hyper zahlen kommen wir nicht tot aber ist egal wer macht es nein tot ist man nur wenn man schlecht ist macht ihr keine sorgen bleibt ganz geschmeidig ich mache morgen genau so eine session wieder morgen wird wieder reingesuchtet und am sonntag auch ich bin komplett jetzt opfermäßig unterwegs ich habe mich einfach so was von selbst zerstört jetzt war und die musik ist kaputt und gott das war wirklich jetzt das war wirklich das könnte frame perfekt gewesen sein einfach mal vorbeilaufen ich muss noch mal bei mit beiden ganz diplomatisch reden und dann entscheide ich mich für das richtige zuerst war dieser junge gemein zu mir und jetzt haust du mich auch noch ich weiß nicht was ich getan habe sagt mir jemand was ich getan habe wenn du mich dann in ruhe lässt teddy bear das war prima ich gebe dir sein halbes taschen aber es kommt noch mehr jetzt ist auch noch rutschig es ist hallo da bin ich wieder so hund ist versorgt so wie sieht sein msu technisch so aus was ist denn in der submission q ach so das ist alt muss man neu gehen so was ist das neueste pack made of music by onward remakes of various onward was ist das ist fates calamity mod calamity mod of for terraria Pokémon Heart und Gold-Soul-Silver. Was ist denn mit Meme-MSU? Meme-MSU, Leute. Luffy, die Monkey, danke für den Resub. Und Tommy, danke für den Resub. Und so viele. Und Real Grave, danke für deinen Resub. Und 86 Matze auch. Vielen Dank, Leute. Was ist denn mal mit der Meme-MSU? Ich teste die mal. Das kann ja nur in die Hose gehen. Madness! Boots zum Start? Ja, 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 wichtig, ne? Es ist Casual-Boots-Modus. Das Falk im T2-Sub. Ey, regnen es jetzt wieder Emojis eigentlich über dem Chat? Das ist bei den T3-Subs, glaube ich, nicht, ne? Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie... Ja, okay. Das soll auch so sein. Nur wenn du den T3-Subs hast, ist das irgendwie nicht. Das Banane. Da sollte es ja mindestens mal den Mord Regen geben. So, es ist geladen. Okay, ich bin mal gespannt. Das kann natürlich jetzt auch sehr in die Hose gehen. Bucke! So, okay, dann rolle ich jetzt mal den Seed. Pallet-Swap, machen wir ruhig mal. Zack! Da haben wir ihn. Meme. Zack! Zack, kopiert. Zack! Zack, zack, dann holen wir den Chat hier raus. Zack, zack, ziehen den hier hin. Zack, das machen wir klein. Zack, gehen wir hier hin, machen Dunker-Tracker. Zack! Gehen wir auf Rio. Zack, zack. Zack, zack. USB-Stick raus. SD-Karte wieder rein. Und Konsole an. Und wir gehen rüber. So, dann Live-Split, Inputs und Tracker. Alles starten. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht. Obwohl auch irgendwie geil, oder? Ja, gut. Keine Ahnung, Madness. Ich hab die MSU noch nie ausprobiert. Sie heißt Meme-MSU. Das ist geile Mucke. Ihr kennt sie ja hoffentlich. Ja, die Kenner wissens. Ey, Nafal, ich würde dich jetzt am liebsten bannen. Und das wäre meine Antwort. Salzige Pistazie. Ich hasse dich. Salzige Pistazie. Wer isst denn sowas? Wucke, danke für 100 Bits. Im Hintergrund. Ach so, das stimmt. Ich müsste irgendwas viel interaktiveres mit dem Fernseher machen. Ich bräuchte mal eine richtig geile Idee. Was könnte da immer angezeigt werden, während ich live bin? Was wäre cool, was man da hinten einfach sehen würde? Man könnte es ja auch interaktiv gestalten. Oh. Ja klar, Tracker und so. Wird alles gehen. Alles würde gehen. Jedes Item, das du findest in groß. Ja, das weiß ich nicht. Also da müsste man sich echt mal ein bisschen Gedanken machen. Da müsste irgendwas hingen. Klar, die Alerts sind da, aber... Das sind übrigens noch die alten Alerts. Fällt mir mal auf. Nee, gar nicht. 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh, komm. Casual Boots. Ilia, danke schön für den neunten Monat. 12 Monat. Stuntpreis. 5 Pfeiler. Dankeschön, Badetuch. Danke schön, Badetuch. Bis jetzt finde ich die MSU auch saugeil. So meme ich ist sie doch gar nicht. Was sind das für Memes? So, bitte. Einfach Kult-Songs. Naja, Casual Boots. Warum nicht? Einfach mal wieder Casual Boots. Alles klar. Das Game ist leise. Ja, die Musik ist einfach zu laut. Aber das wird sich gleich beheben. Das liegt, glaube ich, an dem Regen am Anfang hier und so. Mein Gott. Er ist schlecht abgemischt. Ich bin schon Kult-Titel. Ich bin schon Kult-Titel. Ich bin schon Kult-Titel. bombos ja wahrscheinlich ist griechen strike und das video die ist gemütet beides würd mich nicht wundern bei dieser msu bis jetzt die hat es so authentisch gemacht das hasse ich rudelswain dh ab nächste woche was heißt das ach so lol ich war jetzt auf dem schlauch hey ja dann wieder in der jugendhilfe arbeiten ja 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 was was hat jemand aus der partner lounge gestreamt und wurde perma gebannt nicht wirklich glaube ich nicht oh mein gott oh mein gott ja okay jetzt ist auf jeden fall ein strike das ist auf jeden fall der strike bei dem song hier bei queen da ist da wird keiner wird kein spaß verstanden glaube ich rent wegen der twitch con was was da gerantet ich fand super cool wumbo wumbo Ich befürchte, ich werde dieses VOD definitiv nicht online lassen nach dem Stream. Ich werde es offline nehmen. Okay, wir haben alles außer Bomben. Also mache ich safe. Das kann ich euch jetzt schon sicher sagen. Das VOD wird nicht dableiben. Das mache ich weg. Da siehst du, dass man Dingen im Internet nicht glauben darf. Also Platz wie in einer Sardinenbüchse ist einfach der absolute Blödsinn. Was die Twitch-Con angeht. Ich habe nicht einmal gedacht, ist hier wenig Platz. Ich hole die Sachen jetzt nach. Kann man nicht jetzt schon das VOD? Die weiß ich gar nicht. Ich will nämlich echt keine Ärger kriegen. Aber ich will natürlich das Spiel hier spielen. Aber glaube ich, kann man fast jetzt schon deaktivieren, dass es nicht veröffentlicht wird. Ich gucke gleich mal. Naja, aber ich kann ja nicht die Musik von dem Sound trennen. Wäre nett, Nafal, wenn du gucken kannst, ob das geht. Dann direkt deaktivieren. Ich kann ja nicht die Musik vom Spiel von dem Sound trennen. Also was bringt mir ein VOD ohne Sound? Vom Game so. Auch wenn man mich dann hört. Mann lol, hier sind die Bomben. So trollig. Doch, das ist... Endlich mal. Ne, Panee. Das sind gute Ideen. Also man liest viel Quatsch. Oh, ich habe mir die Bonkrox gar nicht geholt. Bonkrox meine ich. Aber das ist eine gute Idee. Warum nicht die Sounds einfach selber machen? Dann. Ah, das ist mega. Livestrike gibt es nicht. Glaube nicht. Ich danke dir, Nafal. Rot, Fail, Blau. Da-do! Ra-do! Also Meme ist einfach der falsche Ausdruck, oder? Was hat das mit Memes zu tun? Ich werde fassen, Sora-Calling. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ist jetzt der, ich weiß es nie, eine Bonk könnte RIP sein. Nee. Nur unterstrich sehbar, 30 Monate. Wisst ihr, was ich gar nicht gemacht habe? Ich bin gar nicht in den... Ich bin gar nicht in den Wald gegangen oben. Wie habe ich denn jetzt gespielt? Ich bin gar nicht in den Wald gegangen oben. Mist, geben die nicht immer 5? Nee, wohl nicht. Scheiße. Ja gut, Mist. Ey Bonkrox, wieso hole ich die hier nicht? Ja, ungewöhnlich, dass ich nicht in den Wald gegangen bin jetzt, ne? Jetzt bleibe ich auch konsequent, jetzt gehe ich auch nicht hin. Nicht mit mir. Du gehst halt den Berg. 14er Pokédex-Eintrag, mein Gott. Das ist vielleicht eine neue Strategie, die ich jetzt fahre. Oh, da liegen die Titans. Hinter dem Mirror. Einfach den Wald weglassen. Fürsd Nice. Nice. So, Rotz. Schwarz. Mit dem Song ist jetzt auch sehr cool. Also die MSU ist eigentlich richtig nice. Aber wie gesagt, die kann es halt echt nicht im Stream nehmen. Schwarz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 Ich lasse den Wald weg. Das ist jetzt die Denzen Strat. Den Wald weglassen, den Wald wegskippen, das ist die Strat. Oder soll ich es jetzt machen? Ne, ich mach es nicht. Einfach was Neues ausprobieren. Kein Bock auf so einen Wald. Es ist wirklich so, das erste Mal, dass da was drin liegt. Darkwell, jetzt bin ich auf die Muppe hier gespannt. Okay, da oben schon mal nichts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was ist das nochmal? Alter, was ist das? Blinded by the light, ja, danke. Blinded by the light. Die Muppe hier. Die Muppe hier. Das war's. Davon? Das war's. Blinded by the Light passt natürlich auch zur Dark World, ne? Das ist schon ein bisschen funny. Vielleicht hatten die Lyrics immer was mit den, äh, zu tun mit der Situation und deswegen Meme? Was hatten wir gerade für Songs? Stairway to Heaven war im Turm. Okay, was haben wir jetzt hier? Und Mortal Kombat war, ja. War ich dann. Wieso kommt man denn nicht auf die Lyrics? Bin ich blöd? Alter, das kennt man halt so krass. Aber, das... ... ... ... Okay, das ist aber schon sehr cool irgendwie. Also ich mag die MSU sehr krass. Okay, das ist so cool. Okay, das ist so cool. Das ist die Striker MSU, das stimmt. Okay, das ist so cool. Okay, das ist so cool. Ist das nicht auch wieder Mortal Kombat? Ja. Okay, das ist so cool. Okay. Okay, dümmer kann man nicht laufen, als ich es jetzt gemacht habe. Da ist der Mirror. Oh, praktisch. Dann hätte ich jetzt natürlich auch welche. Das heißt, wir kommen an die Titans. Okay. Okay. Die Big Chest in Thieftown, weil da kein Item mehr drin sein konnte. Außerdem fehlte mir der Schlüssel da. Es war also klar, dass der kleine Schlüssel in der Big Chest ist. Es gibt ja immer eine feste Anzahl an Items, die in einem Dungeon sind. Und wenn die raus ist, dann kann er innerhalb der Logik nur noch eine Map oder ein Kompass oder ein Small Key oder so in einer Tür sein. Okay. 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 Also macht auf jeden Fall Spaß damit zu spielen. Gerne deutsche Schlager MSU. Hätte ich nichts gegen. Nichts effektives. Schön Michael Wendler MSU. Wann kommt Michael Wendler MSU? Egal. Das würde auch reichen, wenn es die ganze Zeit nur der Song wäre. Das wäre nur der Egal Song. Das wäre eine Meme MSU. Das wäre eine Meme MSU. Ich möchte gerade mal andeuten übrigens, dass ich diesen Seed hier gerade extrem gut spiele. Das fällt nicht auf. Vielleicht liegt es an der Musik, die mich pusht. Aber das ist Gameplay-technisch ist das hier schon strong. Bin ganz ehrlich. Mit mir selber. Flicks pro hallo. Okay. Das ist hervorragend. Wir können... Okay. alle Medalliens. Ja wer weiß, ob der Top war. Da könnte auch mein Fire Road liegen. Wald weglassen. Wald weglassen war top. Das sehen wir dann noch, wie top das so war. Das ist... Moment. Ah, das ist hier... Ähm... Ähm... Mein Gott. Wir... Ne, doch nicht. Ne, ich meinte was anderes. Ne, doch. Das meinte ich wohl. Ja. Oh mein Gott, wie heißt das denn? Ich dreh durch. Das schaffe ich jetzt nicht. Das halte ich nicht durch. Das halte ich nicht durch. Ich halte diese MSU nicht durch. Guardians of the Galaxy? Ne, dann habe ich was anderes im Kopf. Ja, okay. Ja, okay. Das mag sein, dass es da im Film ist. Ja, okay. Das war's. Das war's. Ja. Okay. Da ist schon mal gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Ah, ich hasse es, wenn ich, wenn ich getroffen werde hier. Ah, ich hasse es, wenn ich getroffen werde. Ja, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wenn ich bin. Ah, ich weiß es, wenn ich, wenn ich, wenn ich... Also, ich versuche es... Das war ein, ich habe, wenn ich mit mir, wenn ich... Und ich weiß, wenn ich... Und ich habe mir, wenn ich, wenn ich... Ich bin... Und ich habe mich, wenn ich... wenn man nicht getroffen wird geht es ja naja nicht leicht so ich meine was willst du für einen sinnvollen backup für sinnvolle backup straight haben wenn du nicht mehr weißt wo du bist ich meine was wir zu machen du kannst nur also es geht nichts also 30 monate jetzt kommt das schlimmste jetzt kommt ein schlimmere rauchen muss man ja leider sagen ich befürchte jetzt ist auch ende hier das ist das ist da Okay, das war gut. Ich brauche die Lampe nicht, Schraxi. In der Regel brauche ich auch nicht länger mit oder ohne Lampe, jetzt hier klar, aber der Raum wäre auch ohne, äh, mit Lampe immer ätzend. Und wir hätten die Titans. Ja, Fire Road wäre gut. Wir gucken mal in Eastland rein, glaube ich. Wenn wir jetzt schon hier sind, oder? Ja. Äh, 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 Painted Black. Äh, doch. Ja, oder? Nee. I see a red door. Äh, doch, das ist es. I want to paint it black. Oh mein Gott! I want to paint it black. Oh mein Gott! Wow! Ist das ne geile MSU! Aber wie gesagt, die werde ich leider nur heute nehmen. Ich würde gerne meinen Kanal behalten. Ich bin da ein Spießer. Nee die vier neun Monate während ... Draht sie hier an, danke schön für den neun Monat. mach ich denn das brain mal richtig weg eins gibt es noch riskieren was außerhalb der logik noch in den darkroom zu gehen war ja auch sehr stark Nee, Szene raus, du. Ja, komm, wir haben jetzt committed. Wir müssen jetzt den Boss machen. Komm, YOLO. Das kann natürlich jetzt der Tod sein. Das ist alles außerhalb der Logik. Das ist sehr dumm, was ich jetzt gerade tue. Mein Gott, spiele ich das hier wie ein Boon. Okay, ja, das ist Ripp. Und damit ist sehr viel schon entschieden. Mist. Das ist etwas not good. Das ist etwas really not good. Machst du nichts. Das ist etwas nicht. 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 Das ist etwas not good. Das ist etwas not good. Ich hoffe, der wird lauter. Das ist etwas not good. Das ist ein guter Song. Oh mein Gott. Den kann man sich ruhig mal geben Habe ich eigentlich geguckt was da oben liegt FIFA 98 ja stimmt Naja komm Obwohl ich jetzt nicht noch die Spy Cave Die Spy Cave Die Spy Cave Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, kennt man auch Alter, was ist das? Das ist wirklich krank! Das ist wirklich krank! Alter, ist auch eine coole Version irgendwie, ne? Alter, also wir brauchen echt mal, das ist halt immer scheiße wegen Copyright, wir brauchen zeitgemäße Musik in 16 Bit irgendwie Oder so ein Chip-Tune-Sound, 8-Bit-Gedöns, irgendwie sowas Mein Gott, war der Raum schlecht! Polvo, ich danke dir! Fire Rods und Flippers und Flöte! Ne, Flöte nicht! Fire Rod und Flippers für Go-Mod! Pfff, warte, ist klar! Dosk, danke schön für den 18. Monat! Pfff! 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 Ich bin mal Heiß Palace. Ich meine, die Flippers kann ich da nicht finden, aber den Fire Rod. Aber vielleicht finde ich auch eine Flöte oder so. Ja, Ice Palace muss ja eigentlich Let It Go sein. Sagt mir nix. Pink Floyd? Ah, okay. Du hast da für einen Song. Damit Punkt Reform. 45 Monate. Oh je, ich bin sowas von gefangen. Aber herrlich ist es, mein Herr. War okay. 44 Monate. Jetzt fehlt uns gleich ein Vicky. Ich sehe es schon. Komm. Ja, Humpheld. Thorsten. Der Panneprinz. Thorsten. Der Panneprinz. Keine Ahnung. Weil es hat das Tier. Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Leider. Wir brauchen die Flippers für Go-Mode und FireRod auch noch. Wir brauchen die Flippers für Go-Mode. Wir brauchen die Flippers für Go-Mode. Ich habe ja gar keine Flippers, ich Idiot. Dann ist der Check natürlich hier dumm, aber jetzt ist es zu spät. Okay, jetzt wird es unangenehm. Aber jetzt habe ich nur noch sehr vereinzelte Scheiße und ich komme nicht drum rum, jetzt den Wald zu checken. Und wenn da jetzt irgendwie die Flöte liegt oder so, dann ist das natürlich jetzt hier der absolute Troll. Flöte und FireRod, das wäre es jetzt. Dann wäre der erste aber schon durch. Oder Aga, habe ich auch gar nicht überprüft. Lull. Dann wisst ihr, was wir jetzt auch überprüfen können? Ne, wer ist das? Boah, Alter, wer ist denn das nochmal? Boah, auch so ein geiler Song. Boah, ist das mein Gott, ich drehe durch. Aber die wären auch hilfreich gewesen am Anfang. Kacke. Ja, auf jeden Fall werde ich nicht gut abschließen, aber macht nichts. Der Seat hat Spaß gemacht, wegen der Musik allein schon. Aber ist natürlich jetzt echt sehr schlecht. Boah, Alter, wer ist das? Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter, wer ist das? Boah, Alter, wer hat es? Boah, Alter, wer ist das? Mist. Mist. Okay, so ganz viel ist nicht mehr. Also ich nehme jetzt die Truhe mit und dann, das habe ich auch überprüft. Gibt es halt nichts mehr. Die Nordroute. Das Tablet unten, das mache ich jetzt. Und ja, Catfish. Dann könnte ich noch Sora überprüfen, aber ja, unangenehm. Egal, wie es kommt, nicht geil. Kann die doch liegen lassen, ich Idiot. Das ging fast in die Hose. Okay, letzte Chance. Uff. 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 Jetzt noch vorher. Ich checke Skywoods noch vorher. Der Fireroad kann eh nicht dahinter sein. Also nicht hinten. Also nicht hinten. Untertitelung auf der Gibt's da nicht Gibt's da nicht Was Unglaublich Was Wenn 100% sieht Was Ist immer ein roter Da sind die flippers scheiße dann mache ich jetzt auch kein sora mist ja gut was wir zu machen Gibt's da nicht Mist ey Ah kann man schon glaube ich schnell durch haben den seed Na wir freuen uns auf jeden fall noch auf turtle rock leute So was haben wir in swan palace So eine geile mucke So 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 Ah, okay. Waterfalls, ja, so hieß es. Ja, logisch, ergibt auch wieder Sinn. Doch, doch, Lucid, deswegen wird das VOD auch weggelöscht. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Currywurst, hier so eine Mikrowellen-Currywurst. Wie heißt der denn nochmal? Curry-Karl? Ja, Elstrasso, lol. What the fuck? Curry-King. Curry-Karl vor allem, lol, mein Gehirn. Curry-Karl, ja, lol. Tatsächlich Curry-Karl geht. Curry-King. Da seht ihr mal, wie gebrandet mein Gehirn ist. Danke, Raptor, der ist auch einfach geil. Ab und zu mal einen Taxi-Teller, da geht es dir besser in deinem Leben. Gut. Das wirkt nach dem Klassiker. Ja. Boss hat nur noch die... Scheiße. Oh mein Gott. Boss hat nur noch die Karte. Das heißt, wir müssen eh nochmal Sora spielen. Wohl, ich könnte den Penner noch holen vorher. Wohl, ich könnte den Penner noch holen vorher. Oh mein Gott. Und. Brother. era basement baby era basement wer aber für jeden dann last location lampe gab es so spät und es gibt keine feuerquelle also wir suchen hier ein feierer für komo das ist noch einer der leichten wasser würde ich sagen wie ein auf und ab am ende bin ich glaube ich mit ein bisschen plus davon gegangen punkte technisch aber sehr anstrengend aber geil ich lieb es halt das kann es den ganzen tag spielen ich komme kann ich natürlich jetzt auch mitnehmen es wäre wahrscheinlich auch schlau auf jeden fall oder was natürlich auch ein großer feld wäre wenn es sora wäre da waren wir ja schon nur ich hatte die 500 rupees nicht mehr haben vier rupees gefehlt oder so und und mit 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 das gibt es doch nicht alter schwede vor lost in pain ist durch was ich brauche noch drei 40 minuten oder so also das heißt es muss es kann eigentlich nicht so ein scheiß check sein wie also wenn man jetzt durch ist dann muss der feierort irgendwo schon früh zu erholen gewesen sein dann ist das hier bestimmt auch falsch dann ist es so dann ist es oder 500 rupees also wenn das denn durch ist dann ist jetzt die flöte glaube ich nicht nötig noch also für oder ich glaube hier ich habe mich nicht vertreckt hatte keine rupees für so war aga ist ja nicht da habe ich ja gesehen es muss hier sein sonst also 100% eigentlich würde mich jetzt sehr wundern wenn wir hier kein feierort bekommen okay ja wundert mich samt immer 010 25 monate und hat mich sehr um ehrlich zu sein era basement ja aber da hatte doch auch ein lost in pain nicht vorhandelt lampe lampe war super tief in der war denn die lampe auch die war schon sehr spät ja zwei käfer auch einfach nur ach was mache ich denn erst bei cape habe ich auch einfach nur weggelassen keine ahnung ja was soll das jetzt also bei mir jetzt noch 30 minuten dauern krass 1 19 lost in pain das ist auch ziemlich spexig gaming weil jetzt weiß ich dass hinter der flöte nichts ist wenn du das fragst jetzt kann ich eigentlich die flöte weglassen ja 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 naja jetzt muss ich schon mal vor verhelten auf jeden fall aber spitze ende ja dann muss es ja hera basement sein alles andere ist hinter der flöte dann muss es hera basement sein dann geht es nicht anders aber wo war denn die lampe also das dürfte jetzt ruhig sagen weil es ist sowieso gelöst jetzt der sieht jetzt kriegt den feier und dann wo war der noch mal die lampe adina cave war die lampe ja gut die kann man natürlich dann schon früh haben ja okay ne lampe war hookshot so ja 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 eben hinter den titans hinter dem mirror aber da waren doch schon vorher auf dem turm bei hera oder okay also wie kommt man an das item hier im basement die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hey, der Rest ist hinter der Flöte. Oder haben wir in Turtle Rock einen Schlüssel bekommen? Ich frage mich gerade, ob ich in Turtle Rock einen Schlüssel bekommen habe in der ersten Truhe. Dann hätte ich noch weiter durchgehen können. Also ist ja offensichtlich nicht die Flöte. Also... Ich meine, ich würde jetzt eigentlich die Mirror Checks machen. Nee, ich gucke jetzt eh nach. Hulrich, danke für dein Sub-Geschenk. Hulrich, danke für dein Sub-Geschenk. Ja, ja, alles gut. Ist so. Immer mal wieder passiert das alles. Ganz entspannt. Okay. Na gut. Also da, da, klar hätte man machen können. Dann muss es der Small Key hier sein. Ja. Okay, ja. Okay, das war ein... Ich weiß nicht, ob es ein Fail war. Ja, habe ich... Ich habe einfach nicht daran gedacht. Für mich ist die erste Truhe ohne Fire Rod in Logik und alles andere nicht. Aber ich habe einen Small Key bekommen und kann hier hoch. Ja, das ist... Ja. Und ich war sehr früh in Turtle Rock. Ja, das war... Oh. Oh. Oh mein Gott. Drecks Game. Ja, okay. Also... Das war ein Learning. Das wird mir nie wieder passieren. Aber das erklärt die schnelle Zeit. Das war ein Learning. Oh, Alter. Jetzt müsst ihr alle singen, Leute. Oh, der Song, Alter. Ich kriege da Gänsepelle bei. Oh, dann... Oh, Alter. Ich muss das lauter machen. Und ich rede nicht mehr. Boah, die Double Bass. Alter. Jo. Okay, das ist das Beste, was ich hier gehört habe. Jo. 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 Okay, ich werde auf jeden Fall nach diesem Stream den Song nochmal in echt hören. Das ist das geilste Song, den es gibt. Ist ein bisschen übertrieben, aber ist schon geil. Also... ... ... ... ... ... dragonforce bei 2500 abos geht der hero stream auf jeden fall okay das ist ein gutes goal ich habe auch rock bands hier den ganzen bums rein ist durch nach alter lost in pain bis zum panne vielen dank es ist fucking egal das ist doch hier nicht die weltmeisterschaft ist passiert mal so das ist okay alles easy vielen dank für die donation das also braucht jetzt keine entschuldigung vielen vielen dank alles easy warum machen das eigentlich noch ein ist durch ja aber das erklärt auf jeden fall wie man hier deutlich schneller durch sein konnte die flippers hätte man die flippers land auf den lang auf der nordroute ja noch mal von neu jetzt bin ich wirklich ruhig ich halte jetzt wirklich mein maul ich bin Kezare, danke für die 5 Subs. Hier habe ich was cooles gesehen mit dem mit dem Samaria für den beatle hier brauchen wir nicht ja sonst wäre es last location geworden ja definitiv ich hätte auf jeden fall obwohl meyer ob ich meyer gemacht hätte ja doch hätte ich sind wir mal ganz ehrlich das war ich bin ich bin es hat es ist es ist es es Was mach ich denn, ich Idiot? Aber jetzt freuen wir uns mal auf, ne, ne, ich will es jetzt beenden, jetzt freuen wir uns mal auf GT, ja, aber haben wir jetzt mal im Hinterkopf für die Zukunft, mit dem Fire Rod, das ist natürlich die übelste Location für den Fire Rod, also, das ist richtig frech. So, jetzt Achtung, wir brauchen Mucke. Der Fire Rod ist das Dungeon Item in Skull Woods. Auf der Laser Bridge hinter noch mehr Schlüssellogik, okay. Hä, Teto hat aufgegeben? Das hab ich ja noch nie gesehen. Oh, das hasse ich ja so, wenn das passiert. Die MSU ist wirklich komplett krank. Boah, Alter, geht das ab? Junge, das ist ja wirklich komplett unnormal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keine Ahnung, Gerste, ich wüsste das aber gerne. Aber es sind halt auch richtige Kult-Songs, ne? Alter, also solche Songs, die gibt es doch heute gar nicht mehr, oder? Wird es nochmal so Songs geben, die man in 30 Jahren noch hört und die alle abfeiern, das wird es nicht mehr geben. Boah, ist das geil. Okay. Ich bin dumm, falsch geswappt, wieder falsch geswappt. Ja, 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 jetzt habe ich es gelesen schon ein paar Mal, danke Refi. Das ist besser. Alles gut. Okay, noch zwei Songs, Leute. Das waren noch drei Triples. Okay, jetzt kommt der letzte Song. Jetzt kommt der Ganon-Song, der muss ja eigentlich alles abreißen. Und das sind Power Rangers, ne? Achtung. Was soll we do with a drunken sailor? Was soll we do with a drunken sailor? Okay. Lie. 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 Na ja. Aber danke für den Raid. Aber hier ist gleich Schluss. Vielen, vielen Dank. Wir haben also eine fantastische Seed gespielt. Also der war eigentlich zum Kotzen. Oh, Teko ist durch, aber spielt eigentlich keine Rolle. Ich wäre sechster. Ich wäre wahrscheinlich noch weiter hinten. Aber die Mucke war einfach fantastisch. Oh, round round. Hier, wie heißt es? Baby round round. Oh mein Gott, die Mucke. Also wirklich geil. Raiden geht setz zum zweiten. Ja, der Fire Rod war schon asozial. Ja, der Fire Rod ward. Was ist das? Ich erkenne nix. Ja, Rahl. Ich glaube, ich hatte auch eine gute Route. Ich war nämlich sehr früh in Turtle Rock und habe leider nur die erste Truhe gecheckt. Ich habe einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich ja mit dem Key weiter hätte gehen können. Ich war schon sehr früh und habe die Front von Turtle Rock gecheckt. Aber dann bin ich raus nach dem Key und das war dumm. Hätte ich einfach... Ja, das war doof. Und dann hätte ich ihn auch schnell haben können, den Fire Rod. Dingo, hör auf damit. Ey, ehrlich. Lass mich in Ruhe. Junge, ich bin da so. Nee, jetzt wird gleich noch ein bisschen Magic gespielt. Online. Sehr cool. Das ist doch mal ein guter Song. So, das war es für heute, Leute. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mal wieder. Es war richtig schön. Wir gehen jetzt gleich noch rüber zum Wirt. Mit dem Wirt hatte ich eine gute Zeit auch auf der TwitchCon. Lass bitte ganz liebe Grüße da. Ein guter Mensch. Nee, wir spielen Spelltable. Also wer gleich noch Spelltable zugucken möchte, kann das machen. Der bräuchte nur einen Magic-Account bei Spelltable. Dann kann man zugucken. Oder mitspielen. Wie auch immer. Ja, sehr, sehr cool. Das war ein schöner Stream. Street Fighter, wie gesagt. Das war ein Auf und Ab. Aber ich könnte das 10 Stunden am Stück spielen. Das ist krass. Aber ich freue mich auf morgen früh. Da gibt es Pokémon. Dann gibt es am Donnerstag dieses... Ich weiß es wieder den Namen leider nicht. Ich weiß es leider wieder nicht. Ja, Circuit. Irgendwas mit Circuit. Das wird cool. Ja, und... Ja, es wird nice. Das wird sehr schön. Oh, Megaman. Nee. Aber... Oh, absolute Megaman-Sound. Was ist denn das nochmal? Never gonna give you up. Nee. Nee. Ist das jetzt Rickroll? Ach, Leute. Keine Ahnung. Sowas kenne ich nicht. Werde nicht getreut. Gravity Circuit. Genau, lustig. Ja, jetzt erkenne ich es auch. Ja, bleib locker. Der Chat eskaliert. Geht zum Wirt und lasst liebe Grüße da. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen um 17 Uhr zur gewohnten Zeit. Nee, um neun. Um neun morgen früh. Tschüss, Leute. Pixiebeard is ready. Onkel Dansen, vielen lieben Dank für dein Raid. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Was gab es denn? Legend of Zelda Link to Pass. Wahrscheinlich ein Randomizer, ne? Ist nur der Marm-Arm-Arm-Joy. Ich grüße euch alle. Wir spielen gerade Demonologist. Demonologist. Es ist ein bisschen wie Phasmophobia. Ein besserer Grafik. Komm. 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 Komm.